KI ist ein wichtiger Bildungseinhalt, weil KI bereits heute viele Bereiche unseres Lebens prägt und in der Zukunft noch eine wichtigere Rolle spielen wird. In einer Zeit, in der KI-Systeme häufig entscheidende Rollen in unserem Alltag spielen, von Bewerbungsprozessen bis hin zu Kaufempfehlungen, ist es unabdingbar, dass wir verstehen, wie diese Systeme funktionieren und dass wir sicherstellen, dass sie ethisch und diversitätsorientiert gestaltet werden. Das Besondere an der Lernplattform KI Campus ist, dass sie die Möglichkeit bietet, sich aus verschiedenen Perspektiven intensiv mit KI auseinanderzusetzen. Durch praxisnahe Beispiele und fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse wird die Komplexität von KI für verschiedene Zielgruppen, für verschiedene Interessenslagen verständlich und greifbar gemacht. Das heißt, das Besondere hier ist, dass wir eine Verknüpfung von Theorie und Praxis haben, die es den Lernenden ermöglicht, das Gelernte direkt anzuwenden und zu vertiefen. In unserer Lerneinheit mit dem Titel Sozialverantwortliche KI-Gestaltung erfahren die Lernenden, warum unsere KI-Systeme oft ein Spiegelbild der Gesellschaft sind und sie entdecken die Schlüsselrolle, die die Entwicklungsteams und deren Methoden und Prozesse spielen. Und sie sehen, dass es eben nicht so ist, dass wir der KI ausgeliefert sind, sondern dass wir sie gestalten können und müssen. In unserem Wissensnuggets erkunden wir, warum KI manchmal die falschen Entscheidungen trifft und was das für uns alle bedeutet. Dabei schauen wir anhand von greifbaren Beispielen nicht nur, wie diese Situationen entstehen, sondern eben auch, wie wir sie verbessern können. Und das heißt, wir tauchen in eine Welt ein, in der Technologie und Fairness Hand in Hand gehen und dadurch eben auch noch die besseren Produkte entstehen. Die Wissensnuggets richten sich an alle, die in einer kompakten, praxisorientierten Form etwas über sozialverantwortliche KI-Gestaltung erfahren möchten. Egal, ob es sich um eine Entwicklerin, eine Führungskraft, ein Student oder einfach eine interessierte Person handelt, wenn jemand mehr darüber erfahren möchte, wie Diskriminierung in KI-Systemen entsteht und wie sie sie vermeiden können, dann ist dieser Kurs das Richtige für sie. Die Inhalte werden in Wissensnuggets vermittelt, also kurz und mit vielen Beispielen und wir legen besonderen Wert darauf, komplexe Sachverhalte wirklich verständlich und einfach greifbar zu machen. Die Lernenden können in ihrem eigenen Tempo das Ganze durcharbeiten. Es gibt kurze Videos und kleine Tests, um das Gelernte zu vertiefen. Und wer möchte, kann am Ende ein Zertifikat bekommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017